Also ich habe schon Mühe damit, Menschen als Verlierer anzugucken. Ich denke, da ist schon ganz groß der Wurm drin, dass man irgendwelchen Menschen vermittelt, dass sie Verlierer sind. Wer ist denn wirklich der Verlierer? Das weiß ich. Ich denke, wenn die verlieren, verlieren wir alle. Denn jeder Mensch hat ganz viel Potenzial. Und es ist auch die Aufgabe von Bildungssystemen, das rauszuholen oder das zu entwickeln, zu ermutigen und auch Menschen die Idee zu geben, dass sie mit dem, was sie mitbringen, was anfangen können. Vielleicht nicht in den traditionellen Strukturen, vielleicht braucht es auch neue Strukturen, aber ich denke, da sind wir auch gefordert, vielleicht neue Strukturen zu schaffen. Hochbegabung ist, ich weiß nicht genau, was das ist, weil es ist ja etwas Statisches. Das ist etwas, die Idee ist, Begabung sagt ja schon, wir sind damit auf die Welt gekommen, das hat man. Und die ganze Idee, dass man Kompetenzen erst entwickeln muss, den Kompetenzaufbau, der ist völlig ausgelassen aus diesem Konzept. Und darum habe ich Probleme mit diesem Etikett, immer mehr Probleme. Und ich denke, Eltern gibt es die völlig falsche Idee, dass es eben etwas Statisches ist, das man nur diagnostizieren müsste oder identifizieren müsste. Und dann kann man mit diesem Kind, das kann man dann noch zusätzlich fördern. Aber die ganze Idee, dass Menschen eigentlich einen Entwicklungsprozess darstellen und dass auch ganz viel harte Arbeit dahinter steckt, Kompetenzen zu entwickeln, die fehlt. Eltern sind ja von allen möglichen Tätigkeitsfeldern und Berufen und die haben eine Leinenansicht, was das bedeuten könnte. Ich denke, schwerwiegender ist, was die Fachleute denken, also die, nämlich die Psychologen auch, denn die definieren, die erheben einen Anspruch, dieses Konstrukt zu definieren. Und es wird sehr oft noch mit IQ 130, das gilt als hochbegabt, wird das definiert. Nun wissen wir aus den letzten 10, 20, 30 Jahren Forschung in der Begabungsförderung oder Intelligenzforschung auch, dass das nicht haltbar ist, so ein Konstrukt, wo man das an einem Intelligenzwert festmacht, wer hochbegabt ist. Und dass sich aus allen Disziplinen, alle Disziplinen, die Forschung weist darauf hin, dass es eben ein Entwicklungsprozess ist, auch neurowissenschaftlich gesehen oder aus der Expertenforschung wissen wir das, dass es eben um Entwicklung hier geht. Und darum, die Idee schon etwas zu messen anhand eines IQ-Wertes, der ja nur ein Durchschnittswert ist, eine Kompetenz in verschiedenen Stichproben von Fähigkeiten, das wissen auch viele Menschen nicht. Das ist wirklich extrem fragwürdig, zumal da auch noch die Tagesform reinkommt, natürlich auch der Bildungshintergrund und solche Sachen. Es ist nicht haltbar. Und wir tun Kindern keinen Gefallen, auch Schulen keinen Gefallen, wenn wir an so einem statischen IQ-Wert oder Hochbegabungskonstrukt festhalten. Wir müssen das dynamisieren. Aus Bereichen wie der Expertenforschung, die haben sich damit befasst, wie wird man zum Experten in einem Gebiet, ganz egal was. Im Schachspiel, auch verschiedenen Wissensgebieten, Mathematik, Musik, wie wird man zum Experten. Und die haben ganz klar gefunden, dass sich das nicht am IQ festmachen lässt, dass sich tatsächlich zum Teil die Intelligenzquotienten von hochleistenden Menschen in diesen verschiedenen Bereichen kaum unterscheiden von den IQs von ganz normalen Menschen. Aber was den großen Unterschied ausmacht, ist die Stunden, die Anzahl von Stunden, die dafür eingesetzt wurden, die Kompetenz zu entwickeln. Und was besonders wichtig ist, ist eben nicht nur Üben, sondern was die deliberate practice nennen, also reflektiertes Üben, könnte man sagen, bewusstes Üben, indem man analysiert, wo habe ich Fehler gemacht, was könnte ich besser machen, was habe ich anders gemacht als letztes Mal und so. Aber jedenfalls unter dem Strich ist so die Lehrmeinung, dass ein IQ von 110, sogar weniger zum Teil, ungefähr ausreicht, um hervorragende Leistungen in einer ganzen Menge von Bereichen zu erbringen. Die Idee, dass auch schon Kinder mitgestalten können, das ist was ganz Wichtiges. Passive Kinder werden zu passiven Erwachsenen, werden zu passiven Wählern, werden zu Menschen, die aufgegeben haben und wenn es Probleme gibt, die Gesellschaft nicht mitgestalten. Und alles, was wir vom Lernen wissen jetzt, ist, dass das beste Lernen da stattfindet, wo Menschen aktiv dabei sind und auch das Gefühl haben, sie können einen Unterschied machen. Und ich denke, diese Art von Lernumfeldern müssen wir schaffen und das ist mehr eine Frage der Haltung. Und ich denke, das können nur Menschen vermitteln, die selber auch die Überzeugung haben, dass das möglich ist. Also wenn wir Lehrpersonen haben, die nicht denken, dass das geht, dann werden die das kaum den Kindern vermitteln können. Wenn man den Erfolg lobt, dann wird jemand, wie soll ich sagen, erfolgsgeil oder sowas und meint, sie müssen immer Erfolg haben. Aber das verhindert ja gerade eine gesunde Fehlerkultur. Denn die Fehlerkultur, die verunmöglicht das ja immer erfolgreich zu sein, sein zu können. Also man muss auch mal Fehler machen dürfen. Und die Amerikaner sagen, if you want to be successful, you have to triple your rate of failure. Also wenn man erfolgreich sein möchte, muss man die Versagensquote verdreifachen. Und das zeigt das eben auf. Und darum, ich würde lieber ein Kind dafür loben, dass es sich anstrengt und dann darf es auch mal einen Fehler machen. Und es muss auch nicht immer erfolgreich sein. Denn man kann hingucken, wo man will. Alle großen Erfindungen haben immer auch eine hohe Fehlerquote gehabt, die damit einherging. Das ist in der Realität so. Diese Konsumationshaltung oder Konsumentenhaltung vom Lernen, ich denke, das ist wirklich Industriezeitalter. Und davon müssen wir uns trennen, weil das uns nirgendwo hinführt. Denn was wollen wir denn eigentlich lernen? Da gibt es ja so viel zu lernen. Das ist ja geradezu eine exponentielle Entwicklung, was die Inhalte betrifft. Und was wir lernen müssen ist, wo ist mein eigenes Interesse? Womit all diese Dinge, die es zu lernen gibt auf dem Planeten, wo man sich überall engagieren kann? Wo möchte ich mich engagieren? Was ist mir am nächsten am Herzen? Und aber auch, was gibt es denn sonst noch? Wie kann ich mich austauschen mit anderen, die was anderes machen? Wie kann ich mit denen kommunizieren? Und welche Herausforderungen sind mir am Herzen? Ich denke, dahin müssen wir junge Menschen führen. Und das geht. Ich habe es gesehen, dass das geht. Da haben wir bereits jede Menge Vorzeigeprojekte.